Peace, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute alle Tore und alle Stadionerlebnisse, die ich in der 2. Bundesliga gesammelt habe. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lasst. Wiesbaden spielt gegen Hertha BSC. Er hält den Fuß hin, richtig glatt. 2-0 Diesbaden. Anschlusstreffer, 60. Minute, Freunde. Wiesbaden gegen Paderborn. Jetzt! Ja! Freunde, ein Konto. Jetzt so, da ist das Ding. Wirklich, ich habe niemals damit gerechnet. Aber meine Stimme freut sich. Nummer. followed es ab und erklärt die Entheine Kondotonie, Aber dem Hamburg ist Russland immer riesig geworden. Die Gleichbeiderin dann hierher inter slighter Teams am Glaub gar nicht mehr gemacht. Nur dial einfach nur als promoting Ich sei Dank, Du benefici, ich sei sicher, wir müssen ab. Das, meine Freunde, war es mal wieder. Kompfner in Wiesbaden gegen Hannover. Lieber Scholli, was ein Tor. Schaut mich mal richtig drauf, der Ball ist irgendwie durchgekullert, mann. Prächtig zu 2-0. Heute sind wir in Kaiserslautern gegen Wiesbaden, Freunde. Dann werden die Vieren uns direkt angemacht. Heute Wiesbaden gegen Kräuterfürst. Tornerfehler, auch direkt genutzt, 3-0. Torner ist ja noch 15 Minuten. Das kannst du keinem erzählen. Ja, es gibt aus dem Nichts ein Tor. Rechts oben. Wiesbaden, 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 Wiesbaden. Das war ihr so, was aber boitert. Kä�� Beden. Das dort wurden alle ihren Heute mal wieder in Wiesbaden gegen hier. Wiesbaden gegen St. Pauli spielt. Fünftigste Minute Ausgleich, St. Pauli, viel zu einfach. Tor in Wiesbaden. Tor in Wiesbaden, St. Pauli spielt. Peace, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Blog auf meinem Kanal. Heute Relegations-Rückspiel Wiesbaden gegen Regensburg. Fand ich bin mega gespannt. Fünftigste Minute Ausgleich, St. Pauli spielt. 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 Weihn psychiatri Gusme. Das könnte keinem erzählen, lieber. Ich versuche, es wird der Pferde machen. Stopp. Ich versuche, dass ich auch so direkt Pferde mache. Irgendwo auch Bescheid sagen. Ich versuche, machen wir bis jetzt über den Weißfusschneid. Auf geht's! Juh! Hey Leute! Das ist die Ölbeinigung bzw. Das ist die Ölbeinigungsschneid. Sie sind wichtig, wenn Sie sich auf den Weg anschauen. Die boundaries werden ges câ kampen. Mein Fantasy違ak und Episode früher nicht mehr. so aber jetzt muss ich noch nie zeigen mal so wir sind haben wir